ARD Text im Auftrag von Funk Und 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 Jetzt, 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 jetzt Nein, Torschuss, aber kein Torschaden Oh, war keiner von uns ist drinnen Boah, nice Richtig schön Daneben Ey, ich fahre mir den gerade alle überkaufen So Nein, jetzt tippt er den runter Ja, wenn ich Glück habe Nein, konnte ihn leider nicht treffen Okay So Yes Yes Oh, ist das geil Alter, ist das geil Was war das denn? Schau dir das an, schau dir das an Er fährt, der bremst Ich schieße den dagegen Der lupft seinen Partner aus Oh Gott Ich habe ihn einfach dagegen geschossen Oh, war das nice Ey, hier ist kein Turbo Der Turbo war gerade unsichtbar War auch nicht schlecht Ich wollte gerade sagen Wenn er es geschafft hat Turbo zu holen und vorne zu sein Dann Respekt Oh shit So wird es geblockt Oh shit Achtung, der kommt scheiße Schön Oh, sehr schön davor gestellt Wo kommt der runter? Oh, der kommt zu schnell Damit habe ich nicht gerechnet Oh yes Das ist vor lange Der war mal schnell 109 kmh Oder was meinst du? Ja Ja, kann man mitleben Du fährst Ich habe getroffen, obwohl er die Decke geditscht ist Und in der Mitte war So langsam werde ich vielleicht doch warm Mit der Mitte So, du bist auch gesprungen Jo, aber ich war noch weit genug hin Um wieder zu landen und den Ball mitzunehmen Weil ich dich fliegen gesehen habe Und dann schon gelandet bin Ja, nein, der rammt mich weg, der Wichser Und unser Verbündeter Oh geil Okay, kriege ich, kriege ich, kriege ich Ich wollte gerade vom Gegner bitten Boah Ich habe sie aber Habe ich dich dagegen geschossen? Nein, aber du bist irgendwie komisch gesprungen Ich dachte schon, ich habe dich Ja doch, ich habe dich getotcht Aber Hinterrad Ich habe dich tatsächlich Ich habe dich tatsächlich dagegen geschossen so ein bisschen Zumindest hast du einen kleinen Schubser gegeben Okay, den müsste ich haben Nein, habe ich nicht Fährst du? Okay, der fährt Nein Aber schön, wir sind vorbei Wenn der jetzt trifft Oh, alle verfehlen Alle verfehlen Der war nicht stark genug Oh, fuck Sorry Pass schon Was tut er? Warum bremst der den Ball? Oh shit Ich fliege die ganze Zeit nur durch die Gegend Ah, sorry Aber der hat dich noch abgefälscht Komm schon, Darkion Was tut er? Was tut er? Nein, entschuldigt er sich Ja, 3-1 Da müssen wir uns nicht heulen Aber schau dir das an Er steht da vorne und rollt sich weg Alle springen ins Tor rein Wer schießt? Gut Er fährt wieder Leider lässt sich tatsächlich Er hat doch gebremst Ich hoffe ich glück den So wie ich will Yes, hab ich Oh, fast zu weit Oder, oder? Oh, Darkion hat ihn fast gemacht Nein Er hat ihn abgefälscht Sorry Das war... Ich hab ihn behindert Das war... Ich hau ihn gegen die Wand Das ist doch echt nur luck Sonst nichts, oder? Ich hab mich umgedreht um ihn wegzuschießen Aber die dürfen jetzt nicht noch einen Traum machen Ah, schade Den krieg ich raus Bleib vorne Ah, ne schaff ich nicht Ah, ne schaff ich nicht Oh Ich hab ihn so schön gehabt Wusste nicht, dass du kommst Ich hab mir nur gedacht, hauptsache weg Und dann stehen natürlich zwei Stück von denen in der Mitte Und keiner ist auf den Ball gegangen Schicksal, ne? Ja Yes, dies hab ich ihn angeschossen, das hat so gut geklappt Yes Nein Ah, schade Dakihan, Dakihan Nein, der kommt nicht Äh Oh, oh Ach so, gleich, jetzt hab ja noch einer Ja, jetzt muss ich den da hier abfälschen Ja Fahr nur Ich fahr Ich glaub schon, das kriegen wir noch Dakihan fährt auch Der, der kommt wieder Ups Daki ist hin Auf den verlasse ich mich nicht mehr Aber wenn du ihn jetzt ausgespielt hättest, wär auch scheiße gewesen Aha, gut Oh no, sorry Vielleicht krieg ich verlängert Ne, hab ich leider nicht geschafft Oh, oh, oh Hinter springt der Ball Ich hab ihn weggekickt Oh, oh Yes, der kommt gut Wenn ich jetzt einen Doppel-Touch hinbekomme Yes, hab ich ihn tatsächlich hinbekommen Aber Der hat leider geblockt Ich hab tatsächlich einen Doppel hinbekommen Oh, 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 oh Nein Ach, schade Ja, was, was, was? Ach, ich dachte, der fälscht ihn rein ab Der kommt Ah, zu hoch Ne, der wär so... Ja, doch, er hat verlängert Sonst hätte... sonst wäre er gepasst Ok, der kommt auch wieder Der kommt zu kurz Abgeblockt zumindest Abgeblockt zumindest Ich hab keinen Boost Nein Ah, schade War Pech Sorry, dass ich den abgefälscht hab Aber ich war in der Luft ohne Boost Guck, ich hab mehr Punkte als die Was hat er geschrieben? Keine Ahnung, irgendwas von Er hat uns Anhal herangenommen Ja Danke euch, glaub ich, wollte das sagen Wir haben Anhal gefickt oder so Aber, aber... Also dafür, dass er die 10 Punkte noch dazu Also die 100 Punkte noch dazu bekommen hat Fürs Gewinnen War natürlich schlecht Und dann er genauso viele Punkte hat wie ich Ja Was auch ziemlich traurig ist Wenn man schon solche Ausdrücke verwenden will, ne Dann sollten wir auch drauf achten Muss man schon besser sein Dass man was schreiben kann Weil Tank ist halt nicht Thank Und Yo ist halt nicht You Und... Naja... Und ob das Analy so richtig ist Da zweifle ich jetzt auch ein bisschen an Interessante Namen haben die Wir haben wieder einen Meister dabei Das heißt, wir werden gute Gegner haben Also aufpassen Der fährt aber nicht der Meister Er ist einfach AFK Nice Wenn der gleich rausgeht, ne Jetzt fährt er Oh nice, nice, nice Der war... Und ich hab den Gary durchgezogen Richtig schön war der, wolltest du sagen, oder? Haha, ja Das war einfach so... Okay, der hat perfekt Versuchts Ich glaub der hat ne Deutschland Flagge hinten dran Ja, siehts ein bisschen so aus Oh nice Der musste ihn natürlich genau dahin abfälschen Wo ich nicht hier kam, ne? Ich hab was Oh shit Ah, verdammt Ah, verdammt Ich hab nur... Die sind auch nicht, die sind sie auch nicht Ne, die sind sie nicht wirklich einig, glaub ich Wer da immer schießen soll So, und jetzt wenn ich Glück hab, kann ich beide ausspielen Naja, hat geklappt Wasi macht den Walljumper Okay, interessant Alle drei in der Luft, auf einmal explodiert ein Gegner Ja, wasi Oh Oh Ich hab angetäuscht Das war alles, das war alles geplant, weißt du? Ich war nur das Ablenkungsmanöver Wie der bremst Kannst du ne? Kein Gegner fährt? Oh mein Gott T3 ist AFK Oh sorry Okay Aber bleibt vorne Oh, der kommt runter Nice one, nice one, nice one Oh T3 ist wieder da Nein, ich bin viel zu Hier zieh die Mitte Ah sorry, ich hab ihn knapp verpasst Aber guter Versuch Nein! Ich hab auch nicht mehr Oh Ich hab dich nicht gesehen Ich hab dich erst gesehen, wie schon zu spät war Yes Muss mehr Sehr schön Ich krieg die Vorlage Warum bekomm ich die Vorlage Keine Ahnung, eigentlich war ich dran Ne, ich war doch nicht dran, der hat mich weggekickt Naja, 3-0 Haben wir das erste Spiel eigentlich gewonnen, verloren haben wir, ne? Äh, ja Rückwärtshalte, oh, oh Boah Dafür gewinnen wir das hier wieder ziemlich gut, glaub ich Zumindest fühlt sich das gerade so an Sorry Warum hab ich's gesagt? Ich weiß es nicht Kaum sag ich irgendwas vom Gewinnen Räumst du mich ab? Das magst du wohl nicht, oder was? Gewinnen ist auch überbewertet Der möchte schon gewinnen Oh, da ist Okay Zum Glück abgefälscht Auch wenn nicht schön Oh nice Oh, wie hat der denn weg geschossen? Ja, der hat die gegen den anderen geschossen Von seinem Oh, nice shot Jetzt räufst du mich auch weg Ja, weißt du warum? Weil das Ding schon drin war Darum Schau, hab ich gesehen, ist drin Und dann hab ich mir gedacht So, weg mit dem Es hätte ja wieder rauskommen können Nee, der nicht Der war zu schön, als dass der wieder gekommen wär Oh, cool Gut, dass wir beide raus sind Und der ihn richtig schnell beschleunigt hat Kann man schon mal ein guter Schuss sagen Der fährt mich Oh fuck, mach du Wow, 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 wow Den hab ich schön rausgeholt Ey, der schiebt mich weg, der Pisser Ja Jetzt hab ich ihn nachher weggerampft Darfst du es? Ja Oh, yes Der war sowas von angetickt, oder? Ja, hat aber gereicht 5-2 Also Halleluja Das bist hoffentlich du Ja Dann tickt er ihn von der Wand weg Ja, aber Ich auch Das Ding ist nur, ich hätte ihn gerne Hätte er ihn etwas weniger stark getickt hätte ich nicht Oh nein Das fehlt der natürlich, wo ich damit rechte, dass er trifft Was macht jeder bloß? Nein, sorry Irgendwie trifft jeder, aber auch nicht Der wär drin gewesen, wenn ich den getroffen hätte Es war einfach niemand im Torf Und ich hatte freie Bahn Ich hab die Gegner wegräumt Sehr schön Ich hab die Gegner wegräumt Komm schon Ja Da ist noch so ein bisschen beschleunigt Oh Verlaubt Der geht rüber Der geht rüber Ja, aber die gewinnt es eh nicht mehr Drei Tore glaube ich in der Zeit Ich glaube nicht Und der ist weg So Darf ich dich? Oh shit Ich bin gegen dich gefrucht Ja Und ich wollte ihn dir hinlegen Und dann bist du gegen mich gechampfen Grad, wo ich hinlegen wollte Ich wollte dich einfach weghauen, sonst zu 0 Ich hab T3 abgelenkt Ja, nice Nooo Na komm Ich darf schon T3 schießen nach das Ding rein Das hat er auch versucht, glaube ich Ja Das wär meiner gewesen, wenn ich mich nicht so getäuscht Hätt ich zumindest ein Tor gehabt, ey Ich stand nur hinten das ganze Spiel lang Schau mal meine Punkte an 200 Punkte fürs Hintenstehen Wenn du mir überlegst mit einer Vorlage Wie wenig Punkte du machst Jetzt musst du mir überlegen Wie viele Lufttreffer und Rückwärtssaltos ich abgezogen hab Wenn ich halt keine Punkte durch Schüsse, Rettungen oder Tore bekommen hab Und eine Vorlage Die gibt ja auch fast keine Punkte Ich glaube 50 Ja, schau und ich hab 200 Das heißt, ich hab Äh, 150 Punkte nur durch Tricks gemacht Das ist schon cool So, und wieder Entscheidungsrunde Diesmal hoffentlich ein Sieg Sag das nicht Ich hab hoffentlich gesagt Ich hab nicht gesagt, es wird einer Wenn ich sag, es wird einer, dann verlieren wir Ja, ich dachte du triffst und dann bin ich nicht hochgegangen Weil du hattest die bessere Position Oh fuck Oh ho ho ho, aber schön gecleared Den hätt ich unmöglich reinschießen können Was ist denn der andere von dem? Hinten, der Torwart Was ist denn der andere von dem? Der Sovonolio da, der steht nur im Tor Der Sovonolio da, der steht nur im Tor Ich glaube das sind entweder Franzosen oder Spanien Krasser reden Der könnte schön wieder kommen Ich geh wieder bei die Ecke Und ich glaube es sind die Franzosen Oh Der eine ist die ganze Zeit aus mich auf dem Tor rauszuschießen dieser Vardec Der kommt die ganze Zeit und schiebt mich an Und dann werde ich im Tor stehen Lass mich Ich bin unten durchgefahren als du geschrieben hast Oh, fall eine Ecke in die andere Was war du? Nein! Der Wichser, warum klaut ihr mir den? Den hätt ich viel besser gemacht Weil ich einfach die bessere Winkel hatte Ok, da fliegt der halt und der fällt wieder Warum? Warum höre ich bei dem eigentlich immer das Fliegen auf? Er fällt irgendwie die ganze Zeit wo Und ich denke mir immer so Ja, ok, lass ich ihn mache Oh nice Ja, ich wollte einen Dribbling starten Aber ich habe es leider gefailt Warte ich versucht vor der Wand Yes! Im Rückwärtsgang von der Wand Mach! Vorlage Ja Mehr oder weniger 22 Nitro Das war nicht genug für den schönen Ball Oh sorry Passt schon Ich hole mir den Bus Ah, du klaust mir den Bus Oh, ich dachte Wär es jetzt hinten und nicht In der Mitte Ne, ich bin rückwärts gefahren Dein Bus war gerade her Hab ich richtig gesehen Oh, der kommt schon Ja, ohne dass ich ihn noch höre Was ist denn Hey, der war sogar sehr schön Hey, der war sogar sehr schön Der war nicht gefailt Egal Brauchten wir jetzt nicht drüber reden Und der war nice Die kann ich inzwischen. Ah, er hat mir die Beine weggezogen. Ich wollte ein Double-Tip machen. Aber genau da, wo ich hochgehe, schaust du dir mein Replay an, ob man sieht. Genau da, wo ich in die Luft springe, sieht er mir einfach quasi die Hinterrenner weg. Da, zack, weggezogen. Voll behindert. Ich muss noch Danke schreiben. Warum? Für die gute Vorlage, oder was? Nein, für... Das ist, wie gesagt, ein guter Schuss. Ja, das war ja eigentlich kein guter Schuss. Der gute Schuss wäre der Nachschuss geworden, aber den konnte ich ja nicht mehr machen. Eins habe ich mir gerade nur rumgekickt. Ich kann ihn wieder drehen und ich habe ihn ausgespielt. Und, und, oh, fuck, der kommt ja. Oh, nein. Sorry. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Sehr schön. Scheiße. Du alter Stealer, du. Aufgabe. So, war das jetzt die erste? Ja, die erste war verloren, ne? Oder wie war das? Ne, das war die Entscheidungsrunde, ne? Das war die Entscheidungsrunde. Das war die Entscheidungsrunde, ja. Wir haben die Folge gewonnen und mir fehlt jetzt noch ein Punkt auf Silber. Den holen wir uns das nächste Mal. Und bis dahin, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.